Am Freitag, den 6. Februar, präsentierten die Kabarettisten Günther Leiner und Ernst Aigner in St. Marien ihr neues Programm Frühling, Sommer, Ernst und Günther. Das Kabarett ist gleichzeitig auch die Jubiläumsveranstaltung des katholischen Bildungswerkes St. Marien, das ein 60-jähriges Jubiläum feiert. Ja, das ist ganz hinterlistig. Also zuerst einmal mache ich einen Textvorschlag, ich schreibe einmal eine Menge und dann, der Günther kritisiert mich grausam nieder und Spontan entsteht noch sehr viel bei den Proben. Und da kommen von Günther sehr viele lustige Sachen, kommen dann spontan bei den Proben von der Günther Seite. Ja, und dann wächst das auch immer wieder weiter. Heute haben wir zum Beispiel schon ein paar so Pointen gehabt, die sind das erste Mal vorgekommen. Wobei man sagen muss, wir haben sogar ein paar Tage, wir haben so zweimal, drei Tage miteinander geschrieben, wenn man sich nicht mehr erinnert. Das Problem ist, wir haben da geschrieben, das war irgendwie sehr lustig von, und er hat es daheim wie der Daniel und schreibt dann irgendwas anderes. Also das ist das Hauptproblem, muss man sagen. Und ich muss sagen, jetzt ringt er, weil du sagst, dass du gesagt hast, ich kritisier dich dann, aber es ist berechtigt. Das ist wahrscheinlich berechtigt. Nein, ich glaube, das passt euch gut. Dem Irrstädter Ernst und er ist Lehrer. Wie ist doch ich da jetzt gelaufen? Das ist der Herr. Nein, aber ich muss ja wirklich sagen, er ist, ich meine, als Lehrer jetzt eh nur in Freistaat, aber trotzdem, er ist ein Superlehrer. Das heißt, ich denke, er tut immer der Jüngste, er ist heuer und feiert ein Zeltzger, das sieht man überhaupt nicht an, also, außerdem, man schaut genau aus. Nein, aber er ist jetzt sehr selbstständig, wirklich, also Nikl, der liest selbst selbstständig die Zeitung in der Früh, ja, hat keine Lesebrille, er hat eben keine Kleidzeugbrille, ja, und was auch, er ist sehr selbstständig, kann sich selber auch rausziehen, macht er auch noch alles selbstständig und tut sich selber noch die Schucheln zu binden, ja. Begrüßen Sie mit mir, Ernst Eigner. Ja, jetzt haben wir es. Ja, jetzt haben wir es. Habt ihr es denn? Das war aber nicht. Das habe ich noch gekommen, ja. Ein Mensch, der seine eigenen Schuchen seit Jahren nennen und man ja sieht, ja, macht sich da lustig über mich. Ja, ich habe mal gesehen, du, ich schaust. Ich meine, runterkommen natürlich nicht, ja. Ja, das ist nicht. Doch, heute habe ich eh nur bis 10 Uhr schlafen. Ich habe nicht mehr. Ja, nein, das muss ich anfangen. Heute bis 10 Uhr. Geräusch? Nein, ein Geräusch hat mich aufgeregt. Geräusch? Ja. Was für ein Geräusch? Hätte ich dann gelockt. Ich habe uns gleich verklagt heute. Heute war ich ein Gericht, ja. Du bist ja. Ich war heute. Heute war ich ein Gericht, ja. Habe ich schon gesagt, was auch da. Ja. Das ist jetzt lustig da. Wo wir uns als alte machen, ich meine, er braucht es nicht umziehen, aber ich muss schon, ich meine, ich bin ja erst 23 Jahre und ich meine, ich schaue ein wenig alt aus, ja. Aber ich bin ja so 23 Jahre alt, ich wäre hier 24. Und der Ernst ist ja da schon. Ich bin jetzt schon bald, ich habe jetzt den 50er bald. Ja. Und du bist 70, ja. Weißt du das gerade? Bald. Ich werde bald 70, ja. Also, nein, ich werde in 10 wieder 70. Nein, ich sage nicht, wie alt ich bin. Ich bin dann 55, aber das Alter sage ich nicht. Ich werde in 15 und nur 60. Ich schreibe, dass ich nicht komme. Ja, genau. Vor allem. Ich sage den Text noch. Ja, ja. Das ist eine Idee. Ich fange aber selbst an. Habe keine Zeit. Habe keine Zeit. Habe keine Zeit. Habe keinen richtigen Termin mit Nazi. Mit liebem Freund Nazi. Ja, wo schreibt Naz, mein Nazi. Da ärgert sich er. Das war nicht das Nazi. Ja. Habe keinen richtigen Termin. Mache Lachkurs. Ja, genau. Lachkurs mit Nazi. Beim Kirche wird. Beim, das ist es. Ja, wie schnell das geht. Beim Kirche wird. Und nachher zwei Stunden Zweierschnapse. Ja. Oder schreibt drei Stunden Zweierschnaps-Yoga. Das ist schwer. Nachher Bio-Zwickel-Gesundheitsbildung. Bio-Zwickel-Gesundheitsbildung. Aber findest du das mit der Züchtigung in Ordnung? Nein, finde ich nicht in Ordnung. Also ich glaube aber, dass der Papst das ein Schmäh war. Glaube ich. Ich glaube, das ist ein Witzbold. Ein Witzbold. Der Papst hat ein bisschen eine kabarettistische Arbeit. Und nicht immer gern ganz, wann es passt. Nein, ich glaube, er wollte etwas versprechen. Ja, und hat es aber versprochen. Ja, genau. Dann fackt wieder einmal auf und sagt, ja, ich bewundere Ihren Mut, dass Sie das so offen aussprechen, aber ich komm so spät auf die Nacht heim, ich hab aber gar keine Zeit für eine gesunde Watschen musst du ja Zeit nehmen. Ja, so eine richtige gesunde. Das kannst du nicht so nebenbei machen. Nicht einmal ungesunde Watschen gehen nebenbei. Dann sag ich, gut, liebe Eltern, wenn es Schwierigkeiten gibt, ich nehme Ihnen das ab. Und dann haben sie gestreut. Und dann hab ich gemerkt, jetzt fällt die ganze Verantwortung ab. Dann haben sie hinten zum Klotzen angefangen, der ganze Saal hat geklatscht, haben gesagt, Herr Professor, machen Sie den Schulversuch gesunde Watschen. Ja, also gern, gern. Dann sagt er auf und sagt, super, ich bin dafür, aber das Wort Fatschen sollten vermeiden. Die Frau Ministerin versteht das falsch. Und dann bekam ich eine erweiterte, nonverbale, körperbetonte Sanktionskompetenz. Nein, ich mag lieber Gemüsestrudel und Erdäpfelgulasch. Weil das ist alles vegetarisch. Ich meine, Erdäpfelgulasch ist nicht so vegetarisch, weil meine Frau macht es wie mit Würsteln. Aber eine Schweinstraße mag ich gar nicht so. Wirklich, es ist kein Schmelz. Der Opern-Stellvertreter, der Dr. Walter Fichtbauer, der hat ungefähr eine Statur gehabt. Und seine Frau war eine Vegetarierin. Und die hat immer gesagt, geh, warte ich mal ein bisschen an und werd Vegetarier. Dann musst du auch automatisch haben. Und auf die Frage, werd Vegetarier, hat eine folgende Antwort gehockt. Wenn Schweinsbronat Gemüse war, dann war ich Vegetarier. Doch bitte, wo, wo lebt der Schwein? Legst es auf Bäumen, leider nein. Wenn Schweinsbronat Gemüse war, dann war ich Vegetarier. Kommen wir zum Abschluss, kommen wir zum Ende. Eine Weisheit. Hast du eine Weisheit? Eine Weisheit. Ja, mit Humor geht alles besser. Das ist das. Ich hab nur eine bessere Weisheit. Finde dich selbst, dann wirst du nicht gesucht.